Hallo Leute was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Fugit Cunning zusammen mit LIFE. Hallo. Meine Perks sind jetzt anders. Ich habe jetzt den Karjacker genommen wegen dem C4. LIFE hat den Speer-Typ. Speer-Drop-Ding. Den Bore-Hunter. Und darauf Harmen wir uns beide. Wo bist du? Es tut leid. Okay, ja. Bin Bethaar. Die mache ich kurz zufällig, dann komme ich zurück zu dir. Äh, hier gibt es 15 Fank, ne? Okay, gehen wir einfach. Na gut. Äh, letzte Runde haben wir gut gekannt. Die Runde davon haben wir gewonnen. Mal gucken, wo es noch so kommt. Mach rede. Echt? Ja, alles. Backpack, nice. Boah, Alter. Glückspilz. Lol. Na gut. Warte. Der Kugel, thank you all. Draußen. Wer ist das? Warte, das ist dein Blut? Das ist jetzt kacke, dann muss ich jetzt eine Sache verkaufen. Oder, nein, nicht nur eine. Oder doch ein Satchel. Ja. Das ist jetzt kacke. Weil du halt die Fang brauchst. Egal. Naja, ich brauch auch ein paar, so. Passt schon. Ja. Ich crafte mir gleich ein Satchel und probiere dann so viel wie möglich mitzunehmen für dich. Jo. War natürlich nicht schlecht, wenn du viel mitnimmst, ne? Ja. Schon irgendwas Gutes gefunden? Hm, Rucksack? Ja. Ist doch gut. Ja, ist es auch gut. Ich habe eine Medikation. So. Uh. Uuuuhh Ich höre Gas in meiner Nähe Oh, oh, Hölzerbecht Ich weiß nicht Ich sehe auch jemanden Komm da, na, es ist ein Team Es ist ein Team Haben wir da eine Richtung Ich habe einen mit dem Emergency abgeknallt Ich bin weg Ja, ich bin weg, glaube ich bin auch runtergesprungen Ich war gerade oben Ich glaube, die wussten auch nicht, dass ich da war Okay, lass Wow Wow Ich habe in Richtung zwei Leute gecheckt, die ich einfach so gesehen habe Ich habe in Richtung zwei Leute gecheckt, die ich einfach so gesehen habe Kämpfst du? Räuft er runter? Nein, ich bin eingekesselt Okay Spring, 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 ja Okay, ich sterbe in der Scheiße, die werden Achtung hören Nach oben Nach oben Nach oben Oh, jetzt habe ich dich Geh weg, geh weg, geh weg Okay Er ist ins Gas gelaufen, nein Hey, you may have to see Toilet is not a disease, but a system Ah, der hat 3 Leben plus Nice Nice Cleaver Nice Taktisches Spiel, we have taktisches Spielen Ich habe 120 Ich habe 120 Ich kann meinen Albert prüfen Die 180 Ich habe noch nichts verkauft Weil ich nichts hatte, was ich verkaufen kann Hab ich gerade mal geheilt oder? Da muss ich das mal ein bisschen leben Boah, das war geil, Alter, das war richtig Ey, wir müssen irgendwo ein Verkaufdings finden Weil ich hab Brauchst du irgendwas hier? Ich habe eine Eisaxe noch Oder einen Flipper Ähm Ja, gib mir die Eisaxe Obwohl ich verkaufte, ich habe ja meinen Speer Okay Komm mal hier im Tor Gleich, okay Ja, gleich Hey, runter zum Bunker Verkaufen Okay Okay, okay If your emergency is psychiatric in nature We will restrain and sedate you Before our assessment Was ist der? No, sorry Keine Orientierung Oh Unten Einfach den Weg runter Der Weg runter Der Weg runter Unten links Ich bin nur vom Gras weggefallen Somebody just kill Somebody with a melee weapon Hier Liegt Da müsste auch noch irgendwo die Leichen liegen Von der anderen Ja, hier Aber die hatte Also hier ist einfach gar kein Loot von der Okay Ja, aber die hatte doch eine Machete oder so Die hat eine Machete Achso, hast du die vielleicht auch gesammelt? Nee, nee, nee Die hatte ich schon vorher Kann gleich rufen, ne? Ja Mir fehlen noch 10, Frank Ja, hier Was hier? Warte, verkauf lieber das hier Was? Verkauf lieber die Alarmgarn Mann, mich wundert gerade wo deren Loot hin ist Ich hab den Hammer ID gehört, wenn du will Ja Also hier abverkauf Kauf rüber Merci Was? Okay, ist die oder wie eine airdrops duschen? Äh, airdrops duschen Airdrops duschen Airdrops duschen, ne? Ja Ja ist es Dann call Was passiert, wenn diese Drohne durch dich durch liegt, weil du irgendwann airdrop station draufstehst? Es liegt nicht durch dich durch Du wirst weggedrenkt, oder so glaube ich Was ist das? Ausprobieren Ich brauche dann auch noch eine Airdropstation. Okay. Oh, heiße. Ich ne Musik. Kämpfst du? Baum. Das ist ein Baum. Warte mal. Ich abschieße nun. Ach ja, du wolltest ja was ausprobieren, sorry. Das ist dein, Mann. Ja. Ja. Sehr gut. Ähm. Dann würde ich... Sehr gut. Sehr gut. Dann würdest du... Das kaputt machen. Alter. Der Pfeil schwebt hier einfach. Ja. Das ist immer so. Dann lass uns mal zu irgendein Gas-Tank gehen oder so. Äh, zu irgendein Gas-Tank. Okay. Mach mir kurz. Also ich versuche mir, soweit wie ich komme, einen Bogen zu machen. Okay. Ich komme nicht mal ins Kräfte. Okay. Okay. Äh, Nahkampfwaffe haben wir auf jeden Fall und dann haben wir gleich noch auch unseren Bonus. Was ist das C4? 95 Schaden, ne? C4? Ja. Mein Erbe. Wusste ich auch nicht. Easy. Ich öffne, ich hab den noch nicht. Ich denk schon, dass du den schon hast. Welcher ist das? Carjacker. Achso, ja. Den hab ich. Ja, da liegt nur ne Korba dran. Ah, und da sind wir, das sind wir ModX-Klasse. Okay. Gib mir mal das C4. Hab ich nicht, das liegt da. Hier, unter der Falmer. Ja. Woll. Willst du verkaufen? Was, C4? Okay. Super. Ja, gerne. Ich brauche noch ein paar Punkte, dann kann ich auch einen Bogen craften. Äh, dafür, dass das Speed-Rating so niedrig ist. Oh, hier sind zwei. Hier sind zwei. Echt? Ja. Easy, ne? Lass weg, Jürgen. Die laufen weg. Lass sie, Jürgen, lass sie. Ich hab ihn nochmal im Boden gehittet. dass sie wird noch mal dass er leidet wir tun denen nicht sie tun uns nicht so wie viele leben denn noch es gibt drei andere teams drei andere auf zum fang bei der station ich verkaufe aber auch immer die machete web-mai-package achte mal drauf oder hinten ja witzig ich bin in den dings weil ich verkaufen will aber ich habe uns raus eigentlich äh äh ich versuche es herauszufinden ja ich sehe ihn nicht also ich habe ihn gehört der ist auf jeden fall südost verkauf auch noch mal kurz der ist auf jeden fall in richtung südost so cool ist wer da kommst du ich will den gerne haben dann ist noch eine grüne küsse kommt er überhaupt noch oder ist er schon geflogen also weißt du ob das dann zwei minuten dauert bis der kommt und ob der direkt abgeliefert wurde dann woher abgeliefert verkaufen erst mal in die dinge vorgehen von dem geräusch her würde ich sagen so airport mäßig aber eigentlich gehört ja nein also wenn mich jemand mit dem bogen abschließt da müsste ich eigentlich explodieren so viel zu sprengen ist ungeludet ist ungeludet medica hier ist ein medica für dich hier oben bei mir hast du noch einen platz frei verkauft die eisachs ja wo ja will ich ja auch er macht doch ich habe aber kein platz ich würde zu gerne wissen wo der pump ich glaube die ist ungeludet die pump station du bist hier vorne als frank war noch nicht geludet dann kommen die pump ja also ich muss ehrlich sagen ja hier das gas ich bin ich habe mich verlaufen ich bin so eine falsche ritze daran wir kämpfen das gas kommt da auch wir müssen richtung mitte das gas kommt von rechts und von links jetzt sonst warum also regen hier ist ja nicht nur das gas ja wir später machen und gott auf die exklusiven setzen und ausschließen aber nein es kommt das gas schon das ist doch so nix gut ist schön kann ich etwas gehört ich war leichter uns immer von den linken ja mit sich denn schon draußen ich hab nur 85 leben das gar nichts warum ob die uns denn jetzt so was nicht gewertet ihr tut mir leid du musst du irgendwie kurz rücken wirkung geben ja gerne gehen weit und macht einfach stutt ja die medizin noch um ein kompon bau schade ich hab das geld noch platz ist da geht weg komm mit komm mit komm mit und wenn ich einsetzen eindeutig hast du auch eins ja ja nice wie viele teams eben noch scheiße wir sehen es nicht ganz genau noch zwei andere teams noch zwei andere warte mal kurz Achtung brauchst du auch Pfeile? ne aber ich will mir eine Bandage bauen auf alles alleine ist doch egal denkt an das c4 und so ne ja du erinnerst mich mal, lass mich mal nicht aggressiv machen, komm ich lass die, ich lass die erstmal gegeneinander kämpfen jetzt kann ich wieder auf uns alle ist denn nur ne blaue Kiste irgendwo? nein ich hab 163, fang also 122 lass mal zusammenlegen wo haben wir den Wasser, wo wir den umgebracht haben? was ist das? hier vorne sicher? ja, hier da liegt ein medicate das hab ich doch schon ach so, noch ne steel pipe ich hab auch noch eine aus der kraftsherstelle kannst du sie an links machen oh fuck ich wollte angehittet wir hören, jetzt geht's richtig los ich glaub nicht, dass wir die Runde gewinnen ich hab das Gefühl, die sind besser, hab ich aber da sind sie oh er ist ziemlich gut im Bogen wir brauchen Aufgang mit dem Weg er kann auch rüberspringen er kann auch rüberspringen ich hab ihn getroffen, nice ist der da durch ein Pfeil gestorben? nein ah fast, die werden raus ist ein Gas oh fuck headshot? ja hab ihr auch headshot gegeben? sie macht sich leben ich hab dem linken da ein headshot gegeben hab ich ihn wieder getroffen? auch, wir betroffen ich hab nur noch zwei Pfeiler, ne mhm deine Wolle vom Bogen getötet welcher rechten, ne ja, links wir müssen die rechten töten, ne ah fuck alles getroffen ich stand in the room only, ne ich würd am liebsten nicht mitlaufen und die Clamer placen aber nein lieber nicht ich hab noch einen Pfeil ich hab noch einen Pfeil ich auch egal, jetzt wird kackt ja Jörn mach, warten, warten ja 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 hast du auch den Bogen weggebrochen? was? rifle headshot Jörn, rifle headshot hat er mir gegeben er legt einen Clamer aus, sie ach so Jörn ach so ja hat er was ja jo lead Lea 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 er hat das amit überhaupt nicht ne es stirbt drauf naja natürlich geht er auch alter er hat mir ein HATCHO wieder beife Bowl nicht schlecht Tja, macht's gut Leute, hört rein Tschau Tschüss